und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klemmer steinbaus heute mal mit einem kleinen video wie ich wenn ich gebrauchte lego sets kaufe dich aus verschiedenen gründen kaufen wollte und die auch etwas älter sind wie in diesem fall eben aus 2004 diese sets wieder aufpeppeln wir können das auch gerne mal mit größeren sets durchgehen aber ich würde es einfach mal am beispiel mit diesem kleinen set mit euch machen denn der weg ist dann eigentlich immer ziemlich ähnlich deshalb habe ich heute für euch die lego 8389 mitgebracht aus der racer serie mit der ferrari lizenz das podest set mit michael schumachow minifigur und der rubens barriquello minifigur ich habe dieses set auf ebay gekauft für um die zehn euro die verpackung hat leider schon etwas gelitten also die ist auf jeden fall nicht mehr im sammlerzustand das ist mir aber auch erstmal nicht das wichtigste sondern das set muss gut aussehen und ich würde sagen wir machen das ganze einfach mal auf ich habe noch nicht reingeguckt und wir schauen einfach mal was wir zusammen finden hier seht ihr auch wieder die verpackung ist in keinem allzu guten zustand mehr und an der verpackung werde ich jetzt auch nichts groß machen können wichtig ist für mich erst mal das set und wir sehen jetzt schon mal zwei sachen auf die ich bei der ebay anzeige natürlich auf jeden fall geachtet habe und das ist dass die minifiguren dabei sind die zwei besonderen helme dabei sind die auch jeweils bedruckt sind die schauen wir uns gleich noch mal näher an und dass die anleitung dabei ist die anleitung ist in diesem fall eine auffalt anleitung und sie ist auch dabei und vom zustand auch noch absolut in ordnung in diesem fall haben wir natürlich ein sehr übersichtliches set wodurch wir sehr einfach bestimmen können ob alle teile dabei sind wir haben natürlich die grundplatte wir haben zwei weiße 2 x 3er bricks sehr verschmutzt und die sticker sehen natürlich nicht mehr schön aus und wir haben so ein 2 x 2er brick in weiß ebenfalls sehr verschmutzt und der sticker sieht nicht mehr allzu schön aus wir haben diese zwei elemente und wir haben die fahnen da ist schon mal alles dabei was dann schon mal schwieriger ist ist rauszufinden welche accessoires bei den figuren dabei sein sollten in diesem fall haben wir zwei cappies dabei und eben die zwei bedruckten helme einmal natürlich den schuhmacher und den barichello helm die waren mir auch beide natürlich sehr wichtig dass sie dabei sind und was ganz cool ist wir haben auch noch mal ein ersatz visier dabei das ist auch bei diesem set standardmäßig dabei gewesen das sieht man auf bricklink und mit bricklink prüfe ich natürlich auch größere sets ob alle teile dabei sind bevor ich sie pflege und wieder zusammenbaue ich mache das ganze am liebsten mit part out und dann in der wishlist und gehe dann einfach alle teile durch und lösche die teile aus der wishlist raus die ich gefunden habe und die die ich nicht gefunden habe lasse ich in der wishlist drin schaue dann ob ich die als ersatzteile da habe oder ob ich die noch mal nachbestellen muss das geht meines erachtens am besten über bricklink und zu guter letzt haben wir noch als accessoire von diesem set und auch ein wichtiges teil meiner meinung nach die trophäe die war nämlich nur in drei sets insgesamt und die ist auch dabei das bedeutet wir haben schon mal an sich ein vollständiges set das ist natürlich schon mal sehr schön aber so wie die steine bis jetzt aussehen werde ich die natürlich erst mal nicht mehr verbauen einmal natürlich wegen der starken verschmutzung und auch wegen den stickern die verschmutzungen wird man meiner meinung nach am besten der waschmaschine los man packt das ganze in ein wäschenetz polster das noch mal außen ein wenig rum und dann kann man das ganze bei niedriger temperatur und niedriger schleuderzahl waschen und die steine sehen echt wieder wie neu aus bei den paar teilen lohnt sich das nicht so wirklich deshalb werde ich das jetzt einfach mit ein wenig fit unter fließendem wasser reinigen und natürlich genauso diese alten sticker hier abmachen und wir sehen uns dann gleich mit den sauberen teilen wieder und damit sind auch die teile schon gereinigt in der waschmaschine wird es noch mal ein wenig besser aber das reicht völlig aus wie viel es doch auch schon ausmacht wenn man bei den steinen wirklich wieder die farbe erkennt und nicht die staubschicht das bild ergibt bei alten lego sets ist auch immer das thema dass die weißen steine etwas vergilben mit der zeit diese steine sind meiner meinung nach aber noch in ordnung wenn sie noch etwas mehr vergilbt und von der zeit mitgenommen wären würde ich sie mit meiner lego wieder weiß kommen methode behandeln die verlinke ich euch auch unter dem video aber bei diesen steinen hier ist es noch nicht nötig ein vorteil von lego sets zumindest wenn man das so nennen möchte ist dass man überhaupt keine probleme mit kleberückständen der sticker hat denn die kommen einem sowieso entgegen geblättert nach einer gewissen zeit hater könnten jetzt natürlich behaupten lego hätte es gleich drucken können und dann wäre es auch beständig aber das ist sowieso eine kritik an neueren sets und nicht an diesen alten sets recht haben sie halt trotzdem aber jetzt ist es natürlich doof dass wir die stick hier weg gemacht haben und ein sticker bogen von brickling für dieses set kostet der billigste momentan zehn euro original von lego das geht aber natürlich auch ein stückchen günstiger und jetzt können die lego fanboys schon mal die mistgabeln rausholen und mich dafür kreuzigen dass ich hier gleich gotteslästerung begehe also ihr lieben lego fans wenn es euch nur um den werterhalt eines sets geht und nicht darum dass euch das set spaß macht am besten jetzt ausschalten denn das wird euren kreislauf wirklich zum zusammenbrechen bringen es gibt nämlich diverse sticker replika von diesen alten lego sticker bögen so zum beispiel auch auf www.brickstickershop.de und da bekommt man so ein sticker bogen für dieses set immerhin für drei euro und nicht für zehn euro und die größeren sticker bogen ab diesen wird es dann lohnenswerter die bekommt man für vier bis fünf euro auch mock sticker bögen kann man dort kaufen und ich finde das ist auf jeden fall eine gute idee auch um solche sets hier wieder schön zu kriegen wenn es einem jetzt nicht um den riesen werterhalt geht sondern einfach darum dass einem das set gefällt und ich finde darum sollte es einem eigentlich gehen und für die leute die sich wundern wo eigentlich diese sticker hier hinkommen ja einige leute wissen das nicht aber lego figuren waren nicht immer bedruckt und auf diesen figuren sind tatsächlich auch keine drucke sondern zwei sticker die finde ich aber sind noch echt gut in schuss deshalb lasse ich die auf den figuren drauf und werde nur diese replika sticker auf den anderen teilen verwenden wo die sticker wirklich nicht mehr schön aussahen und genau dort werde ich das ganze jetzt aufkleben die ketzerischen handlungen sind nun vollzogen und die qualität der sticker ist wirklich klasse ich bin schon öfter glücklicher kunde beim brick sticker shop gewesen und kann das ganze wirklich nur empfehlen denn ihr seht es die sticker sind aufgeklebt und trotzdem hat das set jetzt nicht magische fehlteile oder hat irgendwie feuer gefangen oder hat sich in luft aufgelöst dann glaubt mir den stein ist es ziemlich egal mit welchen stickern sie beklebt werden hauptsache sie sehen gut aus das verhält sich genauso wie beim verbauen mit anderen klemmbar stein alternativen aber erzählt das kein und damit sind jetzt alle vorbereitungen abgeschlossen das set ist vollständig wir haben es gereinigt wir haben gegebenenfalls die verbleichten teile behandelt in diesem fall nicht weil sie hier noch gut aussehen und wir haben die neuen sticker aufgeklebt die wahlweise von bricklink original bestellt werden können oder aus anderen quellen originale lego sticker oder eben bei solchen shops wie zum beispiel den brick sticker shop als replica sticker bogen in dem fall habe ich jetzt sogar noch ein paar sticker übrig die ich dann auf die figuren kleben kann falls hier die sticker auch mal nachlassen sollten und jetzt kommt der aller schönste teil der bei diesem set natürlich etwas kurz sein wird und zwar der bau und genau das werde ich jetzt machen und so schnell geht es auch schon und wir haben wieder einen glücklichen barrikello und einen glücklichen schumi und so kann sich wirklich jeder sets kaufen und eben auch wieder schön herrichten wenn einem auch ältere sets gefallen wie in diesem fall als formel 1 fan musste ich dieses set auf jeden fall haben gerade noch als deutscher formel 1 fan mit der schumi minifigur und ich freue mich dass ich das ganze jetzt wirklich gut aussehend habe zu dem set kurz an sich baumäßig muss man hier natürlich gar nichts dazu sagen also hier wird so gut wie nichts gebaut das highlight dieses sets sind natürlich schumi und barrikello beide auch durch ihre helme und das ist das warum man dieses set kauft ob euch das ganze jetzt 10 bis 15 euro wert sind das ist wirklich dahingestellt hier handelt es sich um einen puren fanpreis um sich diesen herzenswunsch zu erfüllen aber als set ist das ganze natürlich an sich für diesen preis nicht empfehlenswert ich bin trotzdem so wie es ist jetzt auf jeden fall glücklich und ich hoffe ihr habt anhand dieses kleinen beispiels hier auch wieder gesehen gebrauchtes lego zu kaufen ist überhaupt kein problem man kann sich das gut und gerne wieder herrichten man sollte nur vorher immer mal schauen in die präkling listen ob vielleicht der verkäufer irgendwo teile rausgenommen hat die da den halben setpreis ausmachen aber ansonsten könnt ihr das gerne kaufen gerade bei kleineren sets und werdet damit auf jeden fall euren spaß haben nur noch ein kleiner hinweis wenn ihr jetzt natürlich setzt mit diesem stickern hier ausgerüstet habt und nicht mehr die original sticker drauf sind und ihr verkauft das ganze dann schreibt das bitte auch ehrlich rein ehrlichkeit hält auf jeden fall am längsten und das würde ich mir auch wünschen mir ist es persönlich nicht wichtig ob das die original sticker sind oder replika aber für einen anderen sammler kann das wichtig sein also schreibt das bitte immer rein wenn ihr replika sticker verwendet habt ansonsten stelle ich mir dieses set jetzt auf jeden fall zu meinen rennwagen und werde mich einfach jeden tag freuen wenn ich das ganze sehe wenn ihr natürlich dieses set selber sitzt schreibt immer gerne eure meinung dazu in die kommentare und ihr könnt auch gerne tipps und tricks in die kommentare schreiben die ihr habt wenn ihr lego wieder herrichtet damit helft ihr natürlich mir und der gesamten community sehr weiter und wenn euch dieses video gefallen hat lasst immer gerne einen daumen nach oben und ein abo da damit könntet ihr mir auch zeigen dass ihr euch das ganze vielleicht mal für ein größeres set wünscht bei dem wir hier wirklich mal über einen längeren zeitraum durchgehen und das ganze wieder herrichten ich wünsche euch auf jeden fall noch einen wunderschönen tag haut rein euer wedi-brick